Ich bin Andreas Schäfer, Geschäftsführer der Stade Marketing und Tourismus und ich freue mich heute zum Tourismustag drei Fragen beantworten zu dürfen. Grundsätzlich können wir sagen, dass wir mit den touristischen Zahlen für 2022 sehr zufrieden sind. Corona war natürlich wirklich ein herber Einschnitt für uns alle und 2019 vor Corona war wirklich ein Topjahr und über 2022 können wir sagen, dass wir die Zahlen auch nochmal deutlich gesteigert haben. Zum Beispiel haben wir statt 230.000 Übernachtungen in der Hansestadt Stade mit Betrieben über 10 Betten, jetzt 244.000 Gäste, die in Stade geblieben sind. Wir haben eine Auslastung von fast 35 Prozent in Stade bei den Hotels. Niedersachsenweit sind wir knapp über 30, also grundsätzlich tolle Zahlen. Wir haben eine gute Entwicklung und wir sind sehr zufrieden. Und 2023 kann man auch jetzt schon prognostizieren, ist auch tatsächlich, wird wieder ein gutes Jahr werden für den Tourismus in Stade und um Land. In Stade touristisch besonders beliebt, kann man sagen, ist an erster Linie natürlich auch der Radfahrttourismus. Wir haben hier ganz wichtige Fahrradwege, Fahrradwege, die überregional auch sind, die durch Stade gehen. Das ist sehr wichtig. Dann sehr beliebt sind auch unsere Wohnmobilstellplätze. Dort landen wir auch immer mit den Zahlen, auch in den Vergleichszahlen. Sehr weit vorne bekommen wir immer Auszeichnungen. Und wichtig natürlich auch ist der Stadttourismus mit dem Kulturtourismus, dass Menschen nach Stade fahren, sich die Stadt angucken, auch in die Museen gehen und sich sozusagen das ganze Paket von Stade irgendwie sich ansehen. Meine drei persönlichen Highlights in Stade sind erstens einmal natürlich der alte Hafen mit dem Fischmarkt, wo wir gerade stehen. Der älteste mittelalterliche Hafen mit einer tollen Gastronomie. Dann haben wir drei neue Pontons, die hier stehen. Ein Vierter für die Paddler noch. Man kann dort gastronomisch sich ein Getränk holen, kann sich hinsetzen, kann was essen, kann mit den Füßen sich ins Wasser begeben. Das ist natürlich ein ganz neues Erleben von maritimen Flair am Wasser hier. Der nächste Platz, den ich auch total toll finde, ist auch am Rande der Altstadt gelegen, der Holzhafen. Dort haben wir den Beach Club, den Stand-Up Padding Club. Dort kann man trimmlich auf dem Wasser machen. Sehr innovativ, ist auch gerade von anderen Destinationen am Wasser irgendwie kopiert worden. Das heißt, eine ganz tolle neue Sache. Und das dritte ist für mich grauer Ort, weil dort ist man sozusagen direkt an der Elbe. Man hat einen tollen Sandstrand. Wir haben dort einen Wohnmobilstellplatz und man kann vom Wohnmobilstellplatz in einer Minute zum Sandstrand gehen. Herrlich unberührte Natur und kann dort die großen Pötte mit angucken, sodass man wirklich sieht, Stade liegt an der Elbe, an der Schwinge und ist einfach eine maritime Stadt. Eine Minute zum Sandstrand gehen.